Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kräuterkeller. Es geht weiter mit unserer Fragerunde. Ihr dürft uns ja auf unserem YouTube-Kanal Fragen einreichen, stellt aber teilweise auch unter unseren Videos Fragen und darüber sind wir sehr, sehr dankbar, denn dann sehen wir, was wir noch etwas genauer erklären können. Und heute möchte ich ein paar der Fragen beantworten, die in den letzten Wochen zu den Videos hereinkamen, die wir jetzt so im Herbst veröffentlicht haben, also alles brandaktuelle Fragen, die euch bestimmt auch interessieren werden. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und jetzt geht's los mit euren Fragen. Die erste Frage kommt von Gudrun384 und sie hat eine Frage zum Artemisia annua-Video. Darin ging es darum, wie man Artemisia annua selbst anbauen kann, warum diese Pflanze so wertvoll ist und wie man sie dann auch nutzen kann. Und die Frage lautet, ich habe einen Steckling, also einen Artemisia annua-Steckling eingetopft und möchte ihn überwintern. Welche Zimmertemperatur benötigt er und soll ich täglich gießen? Vielen Dank für die Antwort. Wenn ihr einen Artemisia annua-Steckling gemacht habt und dieser schon Wurzeln hat oder vielleicht auch noch keine Wurzeln hat und ihr warten möchtet, bis er in der Erde wurzelt, dann solltet ihr die Erde immer feucht halten. Allerdings sollte sich keine Staunässe bilden. Und je nachdem, wie ihr den Steckling wurzeln lasst, wir wurzeln eigentlich in einem Glas mit Wasser, dann sieht man am besten, wann der Steckling wirklich Wurzeln gezogen hat. Denn das dauert bei Artemisia annua relativ lange. Man muss damit gut sechs bis acht Wochen rechnen. Die genaue Anleitung, die findet ihr nochmal in unserem besagten Video zum einjährigen Beifuß. Aber wenn ihr den Steckling jetzt wie Gudrun in die Erde gesteckt habt, dann muss diese Erde wirklich kontinuierlich feucht gehalten werden. Am besten gießt man dann einmal am Tag, vielleicht auch mit einem Blumensprüher, sodass die Erde immer gut feucht ist. Wenn das zu schnell austrocknen sollte, kann man sich auch mit einer Tüte behelfen, dass eine Tüte über den Topf gestülpt wird, aber nicht über den Steckling. Sonst kann es sein, dass der Steckling braun wird und anfängt zu faulen. Also dann würde ich ein kleines Löchlein in die Tüte schneiden und den Steckling durch das Loch stecken, sodass nur die Erde mit der Tüte eingepackt ist. Und dann kann man so wie so eine kleine Gewächshausfolie über den Blumentopf machen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und zum zweiten Teil der Frage. Also der Artemisia anua-Steckling, der ist nicht so sehr anspruchsvoll. Er sollte nur keinen Frost abbekommen. Wenn der jetzt im Haus überwintert wird, dann ist die normale Zimmertemperatur okay. Wenn es einen Raum gibt, der nicht so stark beheizt ist, wäre das sogar noch besser. Dann wächst die Pflanze nicht so schnell. Eventuell beginnt sie nämlich zu blühen und das im Winter, wenn die Pflanze schon etwas älter war und man den Steckling in einem sehr stark beheizten Zimmer hat. Aber wichtig ist, die Temperatur, wenn die jetzt so zwischen 15 und 20 Grad ist, dass der Steckling genügend Licht hat. Also er sollte an einem Fenster stehen, das auch genügend Tageslicht abbekommt. Also wenn es geht, nicht an der Nordseite und auch nicht im Keller. Bevor es weitergeht mit unserem Fragenvideo, möchten wir euch noch daran erinnern, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Denn das unterstützt zum einen unsere Arbeit und zum anderen werdet ihr dann auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von uns erscheint. Und so verpasst ihr keines unserer Videos aus der Natur oder wenn wir euch wertvolle Hintergrundinformationen zu den Wildkräutern und Heilpflanzen geben. Dann gab es eine weitere Frage zum Artemisia annua Video und zwar von 8Licht8. Herzlichen Dank für das Video. Wann sehe ich, ab wann die Samen reif sind und wie erntest du sie? Artemisia annua bildet meistens, weil es eine einjährige Pflanze ist, im Spätherbst Samen. Bei uns war das jetzt in diesem Jahr so zwischen Mitte August und teilweise jetzt erst November der Fall. Und wir haben für euch gefilmt, wie Artemisia annua aussieht, wenn Artemisia annua in die Blüte geht und dann auch Samen gebildet hat. Die Samen, die erkennt ihr daran, dass dann die Blütenblätter abgefallen sind und sich dort, wo die Blüte war, das Ganze wieder zusammenklappt, mehr oder weniger. Und es eigentlich recht klein aussieht, wie so eine kleine vertrocknete Blüte. Und darin sind dann die tausenden und abertausenden winzig kleinen Samen. Die sind so klein, die kann man mit bloßem Auge kaum sehen, aber es sind dafür umso mehr Samen. Und die Samen, da würde ich am besten dann den ganzen Zweig mit den Samenständen abpflücken und dann erst mal ein bisschen trocknen lassen. Und dann könnt ihr die Samen in ein Glas streifen und vielleicht dann die übrigen Pflanzenteile, die keine Samen sind, dann nach und nach heraussieben oder entfernen. Aber die Samen sind wirklich so klein, die sieht man kaum. Ihr könnt auch den gesamten Zweig dann im nächsten Jahr in einen Kasten mit Anzuchterde geben. Dann wächst allerdings vieles auf einem Fleck. Also es wäre besser, ihr würdet es dann ein bisschen verteilen. Und dann habt ihr euer eigenes Saatgut. Und wann das reif ist, das kann man jetzt so ganz genau nicht sagen. Das hängt zum einen davon ab, wann ihr die Pflanze gesät habt. Und zum anderen auch, wie viel Platz sie zum Wachsen hatte. Wenn sie den ganzen Sommer über in einem kleinen Topf war, dann bildet sie wahrscheinlich erst später Samen aus. Wenn sie aber im Freiland wachsen durfte und genügend Platz hatte, um ihre Wurzeln ausbreiten zu können und auch relativ groß wurde, dann kann das auch schon früher der Fall gewesen sein. Aber das hängt eben vom Standort ab und auch von den Witterungsbedingungen und natürlich auch vom Pflanzzeitpunkt. Aber auf jeden Fall im Herbst. Und oftmals ist es so, dass dann teilweise schon der Frost kommt und die Samen noch gar nicht ganz ausgereift sind. Und Artemisia annua vielleicht nur blüht. Das ist aber kein Problem. Die Pflanze, die ist zwar nicht frostverträglich, also ein bisschen Frost hält sie aus. So bis minus zwei, minus drei Grad kann sie schon aushalten. Aber wenn ihr die Pflanze trotzdem draußen lasst, dann bilden sich die Samen weiterhin aus. Und ihr könnt diese Samen auch noch im Dezember dann ins Haus holen. Nur, wo ihr aufpassen solltet, ist, wenn ein Sturm angekündigt ist, dann würde ich doch vielleicht gucken, dass ich die Samen reinholen würde. Sonst habt ihr überall Artemisia annua. Und ob die sich dann durchsetzen, diese Samen, weil sie an dem Standort vielleicht gar keinen Platz haben im nächsten Jahr oder da was anderes eigentlich wächst, das ist halt die Frage. Deswegen diese seltene und tolle Pflanze, die würde ich dann schon ins Haus holen, wenn es darum geht, das Saatgut zu gewinnen und sich Witterungsbedingungen ankündigen, die dann eher dafür sorgen, dass das Saatgut von der Natur natürlich verstreut wird. Wildkräuter und Heilpflanzen sind so wertvoll. Und wenn ihr mehr über die Wildkräuter und Heilpflanzen erfahren möchtet, dann schaut unbedingt einmal in unserem Kräuterhexen-Onlineshop vorbei. Unter www.die-moderne-kräuterhexe.de findet ihr eine große Auswahl an hilfreicher Kräuterliteratur. Wir haben dort unser beliebtes Buch, das sich ideal für den Einstieg in die Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen eignet. Mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr heißt es. Und darin findet ihr zu jeder Jahreszeit die wichtigsten heimischen Heil- und Wildkräuter, immer mit einem aussagekräftigen Bild, sodass ihr diese Pflanze auch erkennen könnt, aber auch mit tollen Tipps zur Verwendung in der Küche und in der Hausapotheke, dass ihr die entsprechende Pflanze dann natürlich auch nutzen könnt. Und ihr findet aber auch zum Beispiel Literatur für Kinder. Wir haben zwei Kinderbücher mittlerweile geschrieben. Ben und Mara entdecken die Welt der wilden Kräuter und Ben und Mara entdecken den wilden Wald. Und diese Bücher, die sind für Kinder ab drei bis ungefähr elf Jahren geeignet, um den Kindern die Natur spielerisch und auf eine entdeckende Art näher zu bringen. Vielleicht auch ein tolles Geschenk für Weihnachten. Und uns ist sehr wichtig, dass eben auch der nächsten Generation dieses Wissen vermittelt wird. Deswegen wollten wir unbedingt auch Kinderbücher herausbringen. Und falls ihr saisonal immer gerne auf dem neuesten Stand bleiben möchtet, dann sichert euch unbedingt ein Abo zu unserem Kräuterkeller Magazin. Das kann man aber auch einzeln bei uns im Shop finden oder als Set mit den Ausgaben der letzten Jahreszeiten. Oder eben ihr bestellt euch ein Abo, dann bekommt ihr die kommenden Ausgaben direkt in euren Briefkasten und erfahrt immer saisonal passend, welche Wildpflanzen und welche tollen Rezepte ihr zum Beispiel im Frühling, im Sommer, im Herbst oder im Winter dann umsetzen könnt. Alles zu finden in unserem Kräuterhexen-Onlineshop unter www.die-moderne-kräuterhexe.de und mit einem Einkauf in unserem Kräuterhexen-Onlineshop macht ihr solche Videos möglich, die wir euch kostenlos zur Verfügung stellen. Unsere Zeit und unser Wissen kann so der ganzen Welt verfügbar gemacht werden, wenn Sie die Videos anschauen möchten. Und das ist eben nur möglich, indem ihr dann in unserem Kräuterhexen-Onlineshop etwas einkauft, was euch dann ja auch wieder weiterbringt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dann kam noch eine weitere Frage zum Beifuß und zwar von Peter-ohlendorf-4470. Sehr schön erklärt, außer Salbe kann man den Beifuß auch als Salatbeigabe oder als Smoothie nutzen? Und diese Frage bezieht sich jetzt auf das Video, wo wir den einjährigen und den gewöhnlichen Beifuß vorgestellt haben. Aber ich kann das für beide Pflanzen beantworten, denn sowohl der einjährige als auch der mehrjährige Beifuß kann pur gegessen werden. Allerdings sind beide Pflanzen sehr bitter. Der einjährige Beifuß ist noch ein bisschen bitterer als der mehrjährige Beifuß. Und im Smoothie bietet sich das eigentlich ganz gut an als Bitterstoffquelle und natürlich auch wegen der wertvollen Inhaltsstoffe. Wenn man das Ganze kombiniert mit anderen Wildkräutern oder auch ein bisschen Obst oder Gemüse, dann geht das recht gut. Ich würde allerdings jetzt keinen puren Smoothie machen, nur mit Artemisia. Also egal ob Artemisia vulgaris oder Artemisia anua, weil das ist dann schon einfach sehr, sehr bitter. Was wir aber machen, wir essen im Garten einfach immer so ein paar Blättchen, wenn wir an den Pflanzen vorbeilaufen. Oder auch bei der Ernte und Verarbeitung der Pflanzenteile, da kann man ruhig ab und zu ein paar Blättchen pur essen. Und im Salat eher jetzt nicht. Wir machen dann lieber einen Tee daraus und trinken das gezielt. Und im Salat, da nutzen wir andere Kräuter. Dann gab es eine Frage zum Giersch. Ein ganz tolles Wildkraut, sehr aromatisch, auch als Petersilienersatz bekannt, weil der Geschmack so ein bisschen ähnlich dem der Petersilie ist. Und die Frage kam von Gerlinde, clear4967. In unserem Garten wächst leider kein Giersch. Kann man ihn auch durch Samen selber züchten? Das ist eine tolle Frage. Also generell raten wir immer dazu, wenn ihr euch Wildkräuter wünscht, die ihr aber in der Natur nicht findet oder ihr keinen guten Ort findet, wo ihr sicher sammeln könnt, holt euch die Wildkräuter in den eigenen Garten und versucht, Saatgut zu kaufen und dann die Wildkräuter bei euch auszusäen. Dann habt ihr nämlich die Wildkräuter bei euch. Es ist nur wichtig, darauf zu achten, dass der Standort passt. Und beim Giersch ist zu beachten, Giersch liebt es schattig oder halbschattig. Also falls ihr einen Strauch im Garten habt, beispielsweise einen Haselnussstrauch oder eine Hecke oder so, dann ist das ein ganz wunderbarer Ort, um Giersch anzusiedeln. Und Giersch wächst eigentlich ziemlich gut. Wenn man Giersch einmal im Garten hat und der sich dort wohlfühlt, dann kann der auch gut und gerne mal wuchern. Bei uns ist es nicht der Fall, wir essen immer so viel Giersch. So viel kann gar nicht nachwachsen, aber wild in der Natur sieht man oft große Bestände an Giersch. Und wenn der Standort eben den Wachstumsbedingungen der Pflanze entspricht, dann wachsen diese Pflanzen auch recht ordentlich. Also Giersch auszusäen, das funktioniert, sofern der Standort passt und man einen halbschattigen bis schattigen Platz gefunden hat, wo die Erde auch dann entsprechend feuchter ist. Voll Sonne mag Giersch nicht, weil es da dann halt auch schnell zu trocken wird. Dann kam eine Frage zum Tobinambur und da fragt Alexandra Beschorner 8735, kann man die Tobinambur-Knollen auch einfrieren oder einkochen? Das geht beides, denn beim Tobinambur ist ja oft so, wenn man den jetzt von irgendwoher bekommt, ihr bekommt vielleicht einen Kübel voll ausgegrabener Knollen, dann muss man die relativ schnell verarbeiten. Sonst werden die so ein bisschen matschig und einfach nicht mehr knackig. Und wenn die Tobinambur-Knollen nicht mehr frisch und knackig sind, dann fangen die an, schlecht zu werden. Und das geht relativ schnell, da reicht oft schon eine Woche oder drei, vier Tage aus. Und deswegen ist natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn man viel auf einmal erntet oder bekommt, den haltbar zu machen. Einkochen geht, also das kann man ähnlich machen, wie wenn ihr Gurken oder Zucchini einkochen würdet. Aber was auch ganz toll ist, ist eben das Einfrieren. Das hat einfach den Vorteil, dass die Inhaltsstoffe, die durch das Erhitzen verloren gehen würden, beim Einfrieren noch erhalten bleiben. Ich würde aber den Tobinambur kurz blanchieren und vielleicht auch einfach deshalb, um die Erdreste wegzubekommen. Dann könnt ihr auch die Schale dran lassen. Wenn ihr den aber nicht ewig lange kocht, sondern wirklich nur ganz kurz, am besten im Ganzen blanchiert, dann könnt ihr da später dann immer wieder was entnehmen. Das geht gut, dann klebt es auch nicht so zusammen. Und dann könnt ihr den ganzen Winter oder auch im Sommer, weil im Sommer sind die Knollen ja nicht verfügbar, diese tollen Knollen nutzen. Man kann natürlich auch Scheiben schneiden und diese dann blanchieren oder einfrieren. Ihr könnt es auch ohne zu blanchieren einfrieren. Aber dann muss man eben gucken, dass die Erdreste schon gut weg sind, weil das kriegt man dann hinterher schlecht weg, wenn man es eingefroren und wieder aufgetaut hat. Also da ist der Knackpunkt, dass dann einfach die Erdstückchen wirklich alle weg sein sollten, sonst hat man nachher Sand im Teller. JK80 hat eine Frage zu den Hagebutten und zwar zum Video, wie man einen richtig tollen aromatischen Hagebuttentee machen kann. Und sie fragt, inspiriert von diesem Video habe ich mich heute auf die Suche gemacht und Hagebutten gesammelt. Und mir ist aufgefallen, dass fast jede Hagebutte eine oder mehrere schwarze Punkte und einige wenige sogar größere Flecken haben. Ist das normal oder sollte ich sie lieber entsorgen? Das ist jetzt ohne Foto schwer zu sagen, aber ich vermute, diese Hagebutten, die waren schon recht reif, weil diese Frage jetzt auch eben erst kürzlich kam und wir haben jetzt schon November. Das heißt, wahrscheinlich sind diese Hagebutten schon dabei, überreif zu sein. Und wenn die Hagebutten überreif sind, dann ist es so wie bei vielen anderen Früchten, dass dann irgendwann die Frucht anfängt zu verfaulen und sich dann das Fruchtfleisch, die Hülle zersetzt, damit die Samen dann zu Boden fallen können. Das muss aber nicht sein. Also das kann man jetzt schwer sagen. Ich würde mal genauer schauen, wenn das nur ganz kleine Punkte sind, dann würde ich die Hagebutten noch nicht wegschmeißen. Aber das kann eben einfach sein, je älter die Hagebutten werden, desto reifer und überreifer sind sie dann auch. Das denke ich, dass das dann hier der Fall gewesen sein könnte bei den schwarzen Punkten. Andere Möglichkeit wäre, dass es sich um eine Pilzerkrankung handelt. Aber da es doch so viele Hagebutten betrifft, vielleicht auch an mehreren verschiedenen Standorten, denke ich eher, dass es mit der Zeit zusammenhängt. Und dann kam noch eine Frage zum tollen Bucheckern-Video, das Alex für euch im Wald gedreht hat. Und da ging es noch einmal um das Rösten der Bucheckern. Und die Frage kam von Betula Pendula und sie möchte wissen, werden die Bucheckern in Öl geröstet? Und wie lange müssen sie geröstet werden, damit sie verträglich werden? Die Bucheckern sind ja so ähnlich wie andere heimische Nüsse recht fetthaltig. Also sie enthalten von Natur aus Öl. Das ist ein richtiges Nährstoffpaket für die Tiere, die sie auch essen. Und deswegen braucht man nicht unbedingt Öl beim Rösten. Man sollte sie auch nicht unbedingt frittieren. Deswegen rösten wir sie eigentlich ohne Öl und rösten sie aber auch nicht auf voller Stufe. Also wir rösten sie immer so auf mittlerer Flamme, also mittlerer Hitze. Und dann etwa so 10 bis 15 Minuten. Aber sie sollten nicht schwarz werden. Das wäre kontraproduktiv. Und wenn man die Bucheckern dann 10 bis 15 Minuten erhitzt und leicht geröstet hat, dann baut sich eben dieser Stoff Fagin aus den Bucheckern ab. Und dann kann man sie auch bedenkenlos verzehren. Habt auch ihr eine Frage oder möchtet gerne eine ausführliche Erklärung von mir zu einer speziellen Pflanze bekommen? Oder habt ein Hausmittel gemacht und ein Problem festgestellt, das ihr gerne besprechen möchtet? Dann kommentiert eure Frage sehr gerne direkt unter diesem Video. Dann können wir in einem der nächsten Fragevideos auf diese Frage eingehen. Und ich kann dann ganz ausführlich dazu Stellung nehmen und das ein oder andere Kräutergeheimnis aus unserer langjährigen Erfahrung mit den Wildkräutern und Heilpflanzen verraten. Und ich denke, so können wir unser Wissen vergrößern, denn ihr könnt mit euren Fragen einfach auch uns darauf aufmerksam machen, an welcher Stelle sollten wir nochmal etwas nachhaken und etwas genauer erklären. Und auf der anderen Seite lernen wir auch immer durch eure Fragen, was denn besonders interessant ist und wo man vielleicht noch ein bisschen genauer darüber sprechen sollte. Das ist einfach eine ganz wertvolle Bereicherung und ich finde ein tolles Format. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Wenn ja, dann reicht gerne eure Frage ein und sie wird dann in einem der nächsten Videos erscheinen. Das war es jetzt für diese Fragerunde. Ganz herzlichen Dank für eure Fragen und euer Interesse an den Wildkräutern und natürlich auch an unserer Arbeit. Das bedeutet uns sehr viel und wir sind sehr dankbar, euch mit Informationen aus der Natur rund um die Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen versorgen zu dürfen. Und nun möchten wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal und denkt dran, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, damit ihr keines der nächsten Videos verpasst. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.